Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hydrophobia. Beim letzten Mal ist ja alles. Wir haben unseren Köpfen zusammengebrochen, explodiert. Jetzt müssen wir irgendwie versuchen hier rauszukommen. Diesmal nehme ich den sanfteren Weg. So. Ich muss gerade ausklafen, aber es mir ist gerade egal. Ich nehme jetzt weiter auf. Okay, wir müssen ja runter. Dann schnell. Da durch. Ich renne ja schon. So, ab hier wird es wieder ein bisschen kräkisch. Ich renne ja schon. Aber ich frag mich wo wir hin müssen. Nein. Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Da können wir nicht raus. Da auch nicht. Da auch nicht. Okay wir können nicht mehr hoch. Und die Frage ist wo kommen wir dann jetzt bitte raus. Hä? Hä? Kann mir jemand mal verraten wo es hier rausgehen soll? Yay. Und das gleiche müssen wir nochmal machen. Yay. Und das gleiche müssen wir nochmal machen. Ich denke nicht. Wie sind die da dann? Ja, dass du mit dem Thema dann lang gehen kannst. Ne. Scheiß Gott das stimmt gar nicht. Okay. Don't panic. Find the emergency release. You can do it. Yo. Ah. Okay. Okay wir sind gleich da. Außer laut dem web sollen wir eigentlich da durch. Ne. Da irgendwo. Ah. Jetzt können wir durch. Warum sagt mir denn das keiner? Soll man erstmal drauf kommen ey. Don't stop gate. You're almost there. Okay. Hm. Zoomen. So. Okay wir sind jetzt da. Wir sind jetzt in diesem Raum. Okay wir sind jetzt da durchgekommen. Ich seh grad mit dem Finger drauf aber es bringt nichts. Okay wir sind jetzt in der Mitte. Wir müssen dann irgendwie da lang gehen. Also quasi geradeaus. Aber irgendwie sind das zu viele Sachen im Weg. Äh. Okay. Ich geh mal die Treppe hoch. Schon irgendwie cool dass die Kamera so Wasser streifen hat wenn es um das Wasser geht. Da ist ja noch ein Objekt. Okay. Gedankenglobus Queen of the World. Dieser hellische Globus besteht aus einem Standfuß aus elegantem Edelstahl und einer Kugel aus feinstem Mond geblasenem Glas. Mond nicht Mond. Er stellt die zehn Jahre lange Reise über die Weltmeere an Bord der ersten wirklichen globalen Stadt dar. Okay. Dann gibts hier oben nix. Nö. Können wir ja gleich wieder runter gehen und schauen was dann so läuft. Okay. Das Wasser füllt sich auch hier. Okay wir müssen da durch. Tut mir ja dass ich so oft auf die Map gucke. Okay. Also theoretisch müsste sie Stromschläge kriegen bis zum Offen. Hell. Der Mann upstairs muss dich lieben. Du bist direkt unter der Sicherheitskontrolle. Du musst nur einen Weg finden. Okay. Wir haben ein neues Protokoll. Platten. Äh Datenbank. Da. Auf die Sicherheitskontrolle zugreifen. Gehst du Sicherheitskontrolle und tagge das System um die Sicherheitsstufe 1 zu erhalten. Okay. Ich bin nicht Iv으로 unter Skype. Ich bin nicht устройst. Die Abr fonctionne. Ich nehme das rein. jetzt müssen wir schon da durch dann gehen wir direkt mal da durch ach so, wir können ja gar nicht da dran was müssen wir hier denn machen ja, dieses Spiel ist riesig wir müssen jetzt noch da klettern obwohl das Spiel nicht so bekannt ist bin ich das dann doch schnell, 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 schnell zack egal du musst weiter Kate, sprich mit mir was müssen wir denn jetzt schon wieder machen natürlich spiele ich das ich habe hier das erste Mal habe keine Ahnung was man machen soll deswegen werde ich auch öfters fehlen so so da müssen wir jetzt lang Tür öffnen so ich hoffe euch wird nicht so übel wenn ich mit der Kamera so rumschlinge ich bin nach unten aber nein, die guckt sich nur so doof um ich bin nach unten ich drück ganz halt nach unten aber nein aber jetzt weiß ich wenigstens wo wir hin müssen mal diese scheiß Kistenerven weg die im Weg stehen so so schnell wieder hoch ach halt eine kusche schnell 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 rüber jetzt rein mit dir jetzt rein mit dir glaub ich auch körperdurchsuchern Tabulator Dokument ok Titel 1798 Malthus eröffnet die Debatte Autor Andrew Whiting Seite 1 von 1 Die Geschichte der großen Bevölkerungsexplosion beginnt 1798 mit der Veröffentlichung des jetzt berüchtigten Buches ein Isai über die Prinzipien der Bevölkerung durch Thomas Malthus das haben wir irgendwie ein bisschen ah keine Ahnung seine Argumentation war klar die Bevölkerung würde immer schneller wachsen als die Ressourcen sie ihn erinnern konnten und seine Analysen waren einflussreich besonders in den Werken von Darwin und Marx in den folgenden zwei Jahrhunderten geriet Malthus in Vergessenheit da technologische Fortschritte Ressourcen künstlich vergrößerten und die wachsende Bevölkerung zu ernähren doch zu Beginn des 21. Jahrhunderts als sich die Welt mit dem Klimawechsel beschäftigte wurden Wissenschaftlern klar dass die düsteren Vorhersagen von Malthus nicht falsch lagen sie trat nur verzögert ein ja das wird wahrscheinlich auch mit unserer Welt passieren mhm da haben wir das nächste Ziel big bad Billingham needs an engineer to come to his rescue ha 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 this is priceless okay there is an encryption on the door lock what the hell system engineer haben wir neue Dokumente Mavi Mavi Sidescan Modul herunter nachher von einer funktionierenden konsulte das Sidescan Modul herunter um den Schiff zu retten ok Info ok Auswahl Medaillen ok verstehe dann müssen wir jetzt da ok da nicht durch aber da hoch dann auch da müssen wir nochmal hoch haha jetzt mal schön den Boden unter den Füßen verlieren hoch ah verstehe ok ah verstehe ok ja ich drückt doch cool aieieieiei die steuerung ist noch naja bisschen schwammig naja ich würd mal sagen dann mach ich hier mal nen Wie gesagt, ich mache hier erstmal einen Cut, ich hoffe es hat euch ein wenig gefallen und ihr wurdet nicht zu nass. Also dann bis zum nächsten Mal abonnieren, liken, verrucieren, kommentieren nicht vergessen und dann beim nächsten Mal wieder rein. Tschüss, Siekowski!